Herzlich Willkommen bei S21BAU TV. Ich dachte mir, wenn wir schon mal hier sind, dann können wir auch ein kurzes Video machen. Also der Kran mit Fundament ist ja schon länger bekannt. Und jetzt laufen wir einfach entlang bis zum anderen. Rufthund, 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 Rufthund. Das sieht in der Vorbereitung sehr gut aus. Mal schauen, ob schon Beton drin ist. Das glaube ich schon. Damit wird dieser Kran auch in seinem Fundament. Am Nordausgang ist ja einer schon längere Zeit und jetzt schauen wir uns noch den vierten an, wobei der vierte Kran gar nicht das Highlight wird, sondern wie weit ist der Steg. Wir haben ja schon einige Fotos auf Google gesehen, jetzt gehen wir aber mal mit dem Video hin. Okay. 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 Ich könnte die Kamera noch ein bisschen laufen lassen und dann unten rumlaufen. Wobei ich glaube, es ist zurzeit gesperrt aus verständlichen Gründen und ja, es muss so massiver Stahl sein, damit das Ganze nicht ins Schwingen kommt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau.